Wir suchen halt diese Normalität, auch wenn die Normalität eigentlich eine schlechte Normalität ist. Wir suchen dieses Kindheitsgefühl wieder, was wir hatten, was sich so vertraut anfühlt und was uns geprägt hat. Ja, hallo Freunde, Christian Schimmer, Paterapeut, Beziehungswurz, Diplom-Psychologe. Heute, denke ich, mit einer ganz wichtigen E-Mail. Und zwar haben wir jemanden, der kommt frisch aus einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten. Und ja, was kann man da erwarten, wenn man wieder anfängt zu daten und welche Fehler macht man da? Weil wir sehen hier leider auch den ein oder anderen Fehler, den man da macht und der sich eigentlich, vor allem mit meinen Kursen, vermeiden lassen würde. Aber ja, es menschelt halt und ich denke, das ist, was wir hier heute haben, ist wirklich so eine ganz typische Geschichte. Schaut gerne mal rein in mein aktuelles Buch. Da gibt es jetzt auch bald ein Live-Zubber-Chefie-Stahl über Langzeitbeziehungen. Und wenn ihr in irgendwelchen englischen Communities seid, vertraut doch gerne mal mein Buch Decoding Love. Das ist der Liebes-Code, mein erstes Buch auf Englisch jetzt. Genau. Und ja, legen wir mal los. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschip.de machen. und eine Zuschauerin und sie schreibt, Hallo Christian, ich habe schon einige sehr turbulente Monate hinter mir. Nach einer vierjährigen wirklich toxischen Beziehung mit einem diagnostizierten Narzissen und im Anschluss einer Dating-Phase mit einem noch toxischeren Menschen und schrecklicher Liebessucht habe ich mich mit deiner Arbeit beschäftigt, deine Videos geschaut und Modulen 0 bis 3 seit heute auch 4 gemacht. Also mit meinen Modulen, das ist ja mal so 0 ist Liebeskummer, da steigen die meisten ein. Dann Umprogrammierung des Liebeschips, mein absoluter Basic-Kurs empfinde ich wirklich jedem, der auf dem Kanal ist. Dann haben wir Selbstliebe-Challenge ist 3, das geht gerade los heute zusammen, oder gestern, ich könnte ja noch einsteigen, zusammen mit der Drama-Challenge und der Manifestation-Challenge. Und 4 ist das sehr wichtige Modul 1 der 3, Bindungsangst-Module, weil die meisten Menschen, die in toxischen Beziehungen sind, als Plus Bull auch, haben Bindungsangst auch, das soll man gar nicht meinen. Aber, ja, wie ich stelle, das immer passive Bindungsangst, das heißt, du delegierst die Bindungsangst quasi an dein Gegenüber und musst sie ja auch nicht leben, weil dein Gegenüber ja schon super viel Distanz kreiert. Und das merkt man aber immer erst, wenn man andere Menschen datet. Insofern, falls ihr neu seid, fangt einfach bei 0 oder bei 1 an und dann guckt, was euch interessiert. Oder holt euch gleich die Liebeschip-App, da gibt es auch nochmal ein bisschen andere Angebote und wird wahrscheinlich immer wichtiger werden in der Zukunft, Android und für iOS. So, Bücher von dir gelesen und war auch in Köln auf der Liebeschip-Party. Ja, die war sehr geil. Ich muss gestehen, an die Dating-Pause habe ich mich nicht so lange wie geplant gehalten. Aber ja, Fehler können wohl auch passieren. Also erstmal, was wir typischerweise haben, du kommst aus einer toxischen Beziehung vier Jahre und gehst gleich in die nächste. Das passiert total leicht, wenn man nicht an sich arbeitet. Und man weiß es natürlich nicht. Man denkt, ja, das weiß ich ja jetzt. So geht es nicht und das weiß ich jetzt. Und jetzt gehe ich einfach daten und jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Und bumm, hast du den gleichen Scheiß wieder. Warum? Können wir jetzt nicht alles in einem Video erklären. Wie gesagt, das habe ich in vielen Videos besprochen, das sind meine Kursen drin. Dass wir halt einen bestimmten Liebeschip haben, der sich immer wieder ähnliche Konstellationen so viel, als wir wahrscheinlich schon in der Kindheit hatten. Und das fühlt sich halt normal an. Und wir suchen halt diese Normalität, auch wenn die Normalität eigentlich eine schlechte Normalität ist. Wir suchen dieses Kindheitsgefühl wieder, was wir hatten, was sich so vertraut anfühlt und was uns geprägt hat. Auch wenn es negativ ist. Das kriegt man immer in seinen Kopf nicht rein. Und deswegen fühlen sich auch für Menschen, die eine schwierige Kindheit hatten, fühlen sich sichere Beziehungen total fremd an. Obwohl sie das eigentlich unbedingt eine sichere Beziehung haben wollen. Das habe ich ja gestern schon im Video gesprochen. Das Aushalten und das Lernen, das überhaupt anzunehmen, ist eine andere Sache so. Und das macht man ja wieder den gleichen Scheiß. Als wenn man so eine Leuchtturm, sage ich immer, oder wie so ein Sender auf dem Kopf hätte. So, das ist meine Frequenz, das ist meine Frequenz. Und du matchst damit immer wieder mit den gleichen Leuten. Gut, dann das Nächste, was wir hier haben. Dating Pause. Ach, Christian, laber doch. Laber doch für eine Dating Pause. Interessiert mich alles nicht. Ich date weiter. Ich kann euch sagen, ich war früher genauso. Damals mein amerikanischer Love Addiction Coach hat immer gesagt, Christian, mach eine Dating Pause. Und ich war so, nein, warum, ich weiß das doch jetzt. Und es passiert aber ein Murks nach dem anderen, weil man muss erst mal detoxen so. Und dann hält man, also ich habe auch erst so richtigen Fortschritt gemacht, als ich mich strikt an diese Ratschläge, die auch in meinen Kursen jetzt sind, gehalten habe und einfach strikt es durchgezogen habe, ohne darüber nachzudenken quasi. Und dann kamen auch die Ergebnisse. Aber man, ich meine, das ist total menschlich. Also es ist keine Kritik. Wie gesagt, ich habe das auch gemacht. Bis man einfach sieht, das funktioniert so einfach nicht. Also mach die Dating Pause. Ist ja auch nicht lang, vier bis sechs Monate. Das bringt schon viel. So, aber nun ja, Fehler können auch passieren. Aber das eigentliche Problem ist ein ganz anderes. Doch, das ist schon das Problem hier. Glaubt mir, das ist schon das Problem. Wisst ihr, wenn ihr gewöhnt seid, dann immer McDonalds, Pizza, was so toxische Beziehungen sind, gesüßter Milchshake, Burger, Gewürze ohne Ende, Salz ohne Ende, scharf, 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 fettig. Und dann kommt euer Ernährungscoach und sagt, so ab jetzt, es geht jetzt nicht anders, ab jetzt nur noch Salat und rote Beete-Saft. Ja, dann sagt man nicht gleich Hurra, sondern sagt, scheiße, was soll der Scheiße? Schmeckt nicht. Schmeckt nicht, weil du es auch nicht gewöhnt bist. Hingegen, wenn du ein halbes Jahr nicht total gesund ernährt hast, du übergibst dich halt, wenn du bei McDonalds warst. Das ist nichts gegen McDonalds jetzt, aber ich meine, ich bin schon, was ich meine, so gesund ist es nicht. Mein Magen, gut, ich habe auch einen empfindlichen Magen, manchmal würde ich es gerne essen. Ich kann es nicht mehr essen. Also gewöhnst dich an das Gesunde und das schmeckt dir auch dann. Also ich meine, ich bin ja jetzt nur so auf dem, es gibt bestimmt viele Leute, die sich noch viel besser ernähren, aber ja, man weiß es halt zu schätzen, wenn irgendwas sehr gemüsig schmeckt und kann diese feinen Nuancen da wahrnehmen. Das kannst du vorher nicht so. Und so ist das auch mit, wenn du nach toxischen Beziehungen wieder datest, du musst dich an das, naja, die Wischung war auf jeden Fall. Und das ist das eigentliche Problem hier. Also alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen die Folge davon. Aber gut, trotzdem sehr spannend. Vor drei Monaten habe ich einen Mann kennengelernt. Ich muss sagen, er hat privat, Scheidung, alleinerziehende Kommunikationsprobleme, einige Baustellen, die sicherlich zu jetzigen Problematik beitragen. Aber ich denke, das ist weniger das Problem, als ich zu Beginn dachte. Ich kann aber Ihnen sagen, dass er durch und durch ein guter Mensch ist. Das muss ich doch mal kurz übergeben. Jetzt sagt nicht, er meldet sich regelmäßig und ist nett und belügt dich nicht und gaslightet dich nicht. Das ist natürlich ekelhaft. Wie kann sowas frei rumlaufen? Ja gut. Und ich spreche jetzt nicht von Verblendung, Lovebombing oder sonstigen toxischen Faktoren. Er ist wirklich einfach ein herzlicher, liebevoller, emotional präsenter Mensch. Die es sehr schwer haben auf dem Datingmarkt, solche Männer heutzutage. Die Welt liebt einfach immer noch Pizza und Pommes. Das ist einfach so. Der wird es nicht leichter haben. So, aber leider auch sehr bedürftig. Enorm Verlust denkst du und braucht viel Nier und Aufmerksamkeit. Außer übersetzen mal absolut nicht in seiner Polarität. Das ist natürlich schon ein Problem. Und auch das, was wir hier haben, ist absolut typisch. Nach toxischen Beziehungen. So, du sagst dir jetzt so, jetzt reichst du aber wirklich mit den Bad Guys. Jetzt date ich einen Netten und dann sucht man aber nicht. Also erstmal, es ist immer noch schwer, das Richtige zu finden. Aber du gehst jetzt ins andere Extrem. Du sagst dir jetzt so, nee, das reicht mir. Das reicht mir jetzt. Und dann datest du jemanden, so wie du vielleicht früher warst. Ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber verlustängstlich. Nie die, suchst das Gleiche. Also man date sich quasi das Gleiche, was man früher war. Das andere Extrem. Extrem pluspulligen Mensch. Und ich sage manchmal so spaßig, es gibt nur eins, was noch schlimmer ist, als einen krassen Minuspuls zu daten. Das ist ein krassen Pluspuls zu daten. Ist so ein bisschen spaßig, weil Minuspülle machen natürlich häufig viel mehr kaputt. Aber es ist manchmal nicht zum Aushalten, wenn so ein Mensch so needy ist. Das bringt ja mal auf die Barrikaden. Das ist total krass. Und es ist kein Raum da. Und dann weiß man erst, man denkt immer so, ich war ein bisschen pluspullig früher. Ist doch nicht schlimm. Und dann sagt sich das Universum, dir zeige ich jetzt mal, was Pluspulligkeit ist. Und dann date man so jemanden und dann merkt man, Alter, das ist ja nichts zum Aushalten. Und deswegen sage ich immer, bindungssichere Menschen, die sind loyal, die sind fair, die sind ehrlich, aber auch ein bisschen kühler, als viele so denken. Das ist einfach zu viel. Ich weiß, dass wahrscheinlich auch Polarität eine Rolle spielt und freue mich irgendwie auch, dies erkennen zu können. Ja, also definitiv. Aber meine eigentliche Frage ist, dass ich jetzt nicht weiß, was ich tun soll. Ja, da ich seine Situation zu gut kenne, siehste, woher wohl? Von dir wahrscheinlich. Und er mir unfassbar leid tut. Ja. Was ich ihm ungewollt antue. Deswegen, das ist auch immer, ich finde das immer so lustig, auf YouTube ist ja immer so, ich habe jetzt Narzissen gedatet, mir könnte sowas, ich bin so ein Gutmensch, ich bin so ein Empath, mir könnte sowas nicht passieren. Also nicht jetzt, dass du jetzt narzissisch bist, überhaupt nicht, aber, und dann wutscht man selber komplett im Minuspol und merkt, wow, das ist ja, krass, ich kann ja auch Minuspol sein. Und abgefahren, also kriegt er eine ganz neue Einsicht zu und merkt, dass es auch ganz viel was Relatives ist, wo dein Partner steht, wo du stehst. Und das ist einfach nur schwer, als in die Mitte zu kommen. Es ist total leicht, von total plus zu total minus zu kommen, aber in die Mitte zu kommen, das ist halt schwierig. Und er hat mich ehrlich erklärt, dass ich meine Gefühle nicht so entwickeln, wie sie sollten. Ja, wenn du ehrlich bist, muss ich mir sagen, ja, das wird nix. Das wird nix. Ich habe ihm ehrlich erklärt, ja, ursprünglich hatte ich ein paar Wochen nach unserem ersten Kennenlernen das Gefühl, mich verliebt zu haben und habe ihm damals auch mitgeteilt, nachdem er sagte, dass er sich verliebt hätte. Gut, hat er manchmal auch schon wieder ein bisschen überholt, aber egal. Nun fühlt es sich für mich aber plötzlich alles wie weggeblasen an. Ich habe ihn sehr gern, aber nicht so, dass ich eine Beziehung mit ihm führen möchte. Also, was möchtest du? Freundschaft plus, Situation, Relationship, genau das, was du vielleicht früher anderen vorgeworfen hast oder vielleicht andere, vielleicht jetzt du nicht, aber so schnell kann das gehen. Was viele nicht verstehen, das versuche ich mal wieder in meinen Kursen zu sagen. Beide Pole haben Schwierigkeiten mit echter Nähe. Deswegen, wenn der andere so weit weg geht, dann kannst du so hinterherlaufen. Aber wenn der andere so auf dich zukommt, deswegen nützt es auch nicht in toxischen Beziehungen, wenn einer plötzlich sagt, jetzt will ich dich, weil dann kommt er dir ja nah und dann gehst du weg und baust die gleiche Distanz wieder auf. So ist das leider. Dies war bereits Thema und ich musste ihm leider mitteilen, dass ich nicht bereit dazu wäre. Ja, jetzt hast du ihn schon in die Freundschaft Flussschublade gesteckt. Und auch er hat wahrscheinlich keine Standards, wie vielleicht du früher und beugt sich jetzt dem und leidet. Ich habe in der ganzen Zeit mit ihm, aber genieße auch, dass die Treffen in der Regel nur am Wochenende möglich sind. Zu Beginn hatte ich große Sehnsucht, mittlerweile bin ich jedoch völlig fein mit der Situation. Ich habe leider, ja, warum? Weil er präsent, also das muss man ihm ja schon sagen, er ist ja präsent und da gibt es auch keine Verlustangst. Deswegen, das habe ich auch in meinem Verlustangstkurs immer wieder. Mit dem richtigen Partner gibt es keine Verlustangst, oder sehr viel weniger zumindest. Ich habe leider nicht das Bedürfnis, dass wir uns öfter sehen müssten. Er sagt jedoch deutlich, dass er mich am liebsten 24-7 um sich hätte. Wenn das ein Mann sagt, das ist leider nie polat. Nun stehe ich vor dem großen Problem, dass einerseits die drei großen Worte gefallen sind, was denn? Ich will Geld oder ich habe Hunger oder wir wissen gar nicht, was du meinst. Oder Deutschland wird Europameister, keine Ahnung. Ich konnte nichts erwidern und erklärte nochmal, wie ich mich derzeit fühle und dass ich nicht bereit dazu bin und auch nicht weiß, ob ich es jemals sein werde. Ich denke, du weißt es, dass du es niemals sein wirst. Nicht für diesen und nicht jetzt. Ich weiß nicht, ob es einfach Bindungsangst ist, mangelnde Polarität oder mangelnde Kompatibilität. Also, definitiv Bindungsangst bei dir und definitiv mangelnde Polarität. Kompatibilität kann durchaus stimmen. Aber das kommt eben auch wegen der mangelnden Datingpause. Also, man will es immer nicht wahrhaben und deswegen kann ich euch immer nur wieder, ich weiß, ich sage das jetzt als halt so häufig, haltet euch mal sechs Monate völlig strikt an meine Tipps. Völlig strikt. Und dann könnt ihr immer noch sagen, Mann, ey, der Heimschemeier, das hat ja keine Ahnung oder so, aber macht es doch mal sechs Monate völlig strikt und dann sagt mir, ob es funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Das ist häufig der Game Changer. Ich habe das Gefühl, dass es nur fair wäre, diese Geschichte zu beenden. Jedoch tut mir dieser Gedanke auch weh und ich möchte ihn eigentlich nicht verlieren. Und so denken ganz viele Bindungsängstler, die sagen, also jetzt die, die jetzt nicht so intentional böse sind, sage ich mal, die denken, die denken genau so. Die denken, ja, also ich möchte schon gerne weiter daten, hast du jetzt nicht geschrieben hier, aber also wie bei nichts Exklusives, aber hier für eine schöne Nacht, warum nicht? Genau so denken Bindungsängstler so. Deswegen muss man auch vorsichtig sein mit Wertungen, weil man ist ruckzuck, ist man in derselben Schublade drin. Da muss man echt aufpassen. So denken viele Bindungsängstler, ne? Also Bindungsängstler heißt jetzt auch nicht immer gleich narzisstisch, deswegen, das ist auch in meinem Modul 4 drin. Es gibt drei Arten von Co-Abhängigkeit. Also du bist jetzt hier in diesem, falls es auf dich zutrifft, aber du hast ja auch Modul 4, es ist so typisch, diese bindungsängstliche Co-Abhängigkeit, ne? Der Kurs heißt ja auch so. Ja, wie gesagt, das wird jetzt zu lang führen, das alles zu erklären, aber ich denke, das wird nichts werden, ne? Zu früh und auch der Falte, ne? Ich möchte ihn nicht verlieren, aber ich will ihm auch nicht noch mehr wehtun. Ja. Das ist die Zwickmühle und der viele Bindungsängster sind. Er wiederum sagt, dass er es nicht beenden will und abwarten möchte, ob sich doch noch was entwickelt. Ja, er ist needy und plus wohl. Was erwartest du von ihm, ne? Ich kann das nicht klar sehen. Er wollte die Hoffnung noch nicht aufgeben, weil er viel Potenzial für uns sehe. Sehe ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Nun weiß ich nicht, was die richtige Entscheidung ist. Soll ich ihm diese Verantwortung überlassen, weiterhin einfach ehrlich über meine Sicht drehen und die Zeit genießen oder soll ich entscheiden, dass ich gehen sollte, um ihn nicht weiter zu verletzen? Also letzten Endes musst du entscheiden, aber du hast das Wichtiger schon gemacht, dass du klar gesagt hast, wo du stehst, aber eigentlich müsstest du auch sagen, das wird nie was werden. Also wir werden maximal eine Krümelbeziehung haben, muss ich ihm eigentlich sagen. Jetzt kann man sagen, wir sind ja alle erwachsene Menschen und er muss seine eigene Entscheidung treffen. Ich gebe nur mal zu bedenken, ob du dir vielleicht in deinen Beziehungen nicht auch jemanden, also wo du plus wohl warst, dir vielleicht auch gewünscht hätte, dass mal jemand sagt, so weißt du was, das wird einfach nicht zu leid, das ist nur, lass uns das lassen. Also man könnte so aus Empathie, die immer wieder so hochgehalten wird in unserer Gesellschaft und aber nirgendwo zu sehen ist, könntest du aus Empathie auch sagen, so ich glaube, das wird nur meine Bedürfnisse befriedigen, aber deine nicht. Und ehrlicherweise sollten wir es besser lassen. Das wäre vielleicht die empathische Sache. Ich weiß es nicht, ich muss du sagen, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß ja, dass er einfach große Verlustsangst hat und wahrscheinlich immer weiter leiden wird. Sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig ist er ein erwachsener Mann und ich habe für meinen Teil alles drauf und gesagt. Wirklich alles und selbst wenn, wie gesagt, das ist, was ich ja auch immer, was ja viele Pluswohle ausschreiben hier, dass der Bindungsängste eigentlich am Anfang schon gesagt hatte, was Phase ist und trotzdem kommt man in den Strudel. Also wenn er, ich sage mal so, wenn du wirklich siehst, ich meine, eigentlich ist das Beating a dead horse, ein totes Pferdreiden, was du hier machst, aber wenn du wirklich siehst, er gerät so in Liebessucht, was ja Männer auch können. Also das wäre wirklich nicht fair, meiner Ansicht nach, das vorzuführen. Das ist dann auch zu einfach zu sagen, was soll's, ich habe ihm ja alles gesagt. Es ist so, als wenn dein Drogendealer sagt, ich habe dir gesagt, dass sie Drogen süchtig machen. Ich habe es dir gesagt, aber wenn du ein freier Mensch bist und die kaufen willst jetzt weiterhin, du bist ein erwachsener Mensch, wenn du mir dein ganzes Geld geben willst für die Drogen, wo ich es dir gesagt habe, die machen süchtig. Ja. Deine Entscheidung. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Macht bitte die fucking Kurse und haltet euch dran. Du hast ja, musst dich jetzt eigentlich, ich bin mir ganz sicher, dass in Modul 2 steht, dass du die Datingpause machen sollst. Sonst hättest du ja auch nicht geschrieben. Mach einfach, was da drin steht. In diesem Sinne, wir sehen uns mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.